Oh, verdammt, ich hab vergesst. Wie ein Ass. Er ist die Königin. Big Ass. Ja, ja, das wär's natürlich voll. Hm? So, ich hab gesagt, wir können jetzt Pferde nehmen. Jetzt würde ich mir auch mal gerne so von Sony wünschen, hab ich überlegt, so ein Co-op-Spiel hier so ins... Oder hier, ähm, so ein Mittelalter, äh, wie so von Naughty Dog. Öfters mal überlegt. Wow, you and Rose built all of this? We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Ja, nun, nun, renn. Ah, hier, können wir rüberhangeln. Ah, hier, ich hab was gefunden. Ey, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Äh, Moment, ich komm, du, Bart. Wo bist du denn jetzt? Ja, das Blaue bin ich immer. Oh, ja. Ich muss hier links rüber, du recht. Drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen. What? Oh, nein. Wir sollen jetzt, äh, wir sollen jetzt, äh, Helene Fischer zum Bedingen bringen. My Bird's gonna win. Whatever, my Bird is better than your Bird. Well, my Bird is cuter. Ach, du meine Gülle. Yes! I'm starting to get this music. Ich weiß, warum ich nie Guitar Hero gespielt habe, weil ich damit überhaupt nicht recht komme. We got this, Bird. Ah. Linner is Team Boomer, lame. Es wird Moerhühner singen, ey. Gimme, 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 moerhuhn. Ey, dann höll ich mir lieber Linner Fischer an. All right, buddy, let's get you out. Ah, are you serious? Okay, this time I'll hate. Lass mich raten. Ja, lass mich raten, das wird ein Ding. Okay, that makes sense. Man, you have the worst luck. Äh, äh, ja, ich glaub, das bringt nichts. Ja, das geht nicht unendlich so, oder? Ja, ne? Vielleicht muss ich das machen. Ich muss da im Weg stehen? Nein, bringt nichts. Okay, bringt nichts. Okay, das hat keinen Sinn. What the heck? Hey, dann klebst du halt. Ich bin gespannt, wenn wir das Projekt beendet haben. Müssen wir mal gucken, welche Minispiele wir verpasst haben. Ja. Hm. Ah! Ich bin losgelassen. So. Sogar mit dem Wilhelm Scream mit angebaut. Ich glaub's nicht. Wem? Dem Wilhelm Scream, du weißt, ja, diesen bekannten Schreitern und... Ach so! Ja. Wo ich den der Daten da eben runtergekippt habe, dann hat er so geschrien. Einfach nur geil. Ich glaubte, der war aber ziemlich leise zu hören. All right, let's see if this will take us near the gates. Hast du dir ein Trophäe gekriegt? Nein. Ich hab keine Trophäe gekriegt. Musst du mal den bisschen Zug fahren. Äh, keine Zeit zum entgleisen. Dreckst du da. Ja. Ich muss erst mal warten, bis der Zug hier ist. Da ist eine Dreieck-Taste. Müsst du aufpassen. Wird angezeigt. Du bist da ganz hinten. Warte mal, der kommt, glaube ich, nochmal zurück zu dir. Ah ja, warte, warte, der kommt gleich zu dir. Kölner Hauptbahnhof, bitte alle aussteigen. Müsst du wieder an den Endstationen, er muss aussteigen, weil hier rüber muss man. Also bis jetzt habe ich noch keine Trophäe gekriegt. Komisch. Legt jetzt weit dran, da ich jetzt dieses Mal das Spiel, dass ich das Spiel diesmal nicht habe. Also selbst das Spiel habe. Ne, du hast das letzte Mal auch. Ne, ich hab das letzte Mal, habe ich ja das Spiel ja selber gehabt. Also die Dis-Variante, die ich mir ausgeliehen habe. Aber jetzt mal ist ja auch die Trophäen. Ich kriege mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Ja, keine Ahnung. Alter. Ja, hier musst du aussteigen. Oh, egal. So. So. Nicht. Oder so. dennoch mehr ansprungen dazu auch irgendwas machen also ja du musst sie glaube ich bin runter machen damit sie mehr schwung hat ach nicht weißt du ich glaube hier so hier sind ziegel oder sowas nur dazwischen muss sie nur ein bisschen weiter runter machen nee du ziehst du oder geht es nicht weiter runter ja auch ja mehr geht nicht okay okay dann dann geht es nicht ich hatte sein können dass wir vielleicht oder weiter oben müssen wir haben die abrissbörde vergessen ja da kann es doch nicht gehen die alten gebäude müssen abgerissen werden die mauer muss weg so und zurück klopf klopf jemand zu hause hey lass uns rein oh wait wait we're not here to cause trouble yeah yeah we're just here to see the elephant how dare you insult cutie the thard queen of the magic castle in short her majesty oh yes we mean her majesty can you take us to her it's kind of urgent the queen does not grant audience with peasants peasants whoa whoa back up who you calling peasants there buddy okay i built this castle all right i even came up with the name magic castle so if it wasn't for me you excuse my underling underling yes we are messengers from a land far far away we come with a very important letter for her majesty hand it over oh well um we need to see her majesty in person hmm why because they wanna kill the queen do you speak the truth of course i never laugh i'm dr haki book of truth and your majesty's service beauty elephant the third queen of the magic castle you just stop sucking up don't listen to him all right he's crazy loco he's lying oh yeah then why don't you show the letter to her majesty huh maybe i will okay so the thing with the letter is it kind of complex ah ha exactly because there is no letter case close oh man oh man oh man oh man oh man okay oh man oh hey meh you okay oh not being this great in years Oh, Gott, Cody, why did you build prison cells? Well, because all castles have prison cells. Sorry. We make up the rules. Hey, anyone hear us? Hello? Hello? Well, lucky for us, you're not the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah? It's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. I really shouldn't have skipped those beans. Come on, hurry up. I can't. Okay, so you built this place. Where to now? Just turn right here. Guards! Over here, quick! Come on! Oh, it's too much! Oh, God, whoa! Oh, God, yeah! Whoa! Whoa, Ice-Orbs! May! I have cool Magician-Powers! And I have fire! Wow! Just like I said! Haha, a magic castle! Cody, let's get ready! Ja, ist klar! Diablo! Ich muss ehrlich sagen, auf die Toilette hätte ich mich auch gar nicht draufgebacken. Äh, ich könnte gar nicht, wenn mir die Toilette zugucken würde. Haha, das ist der 100 pro Abglied von Diablo. Ich bin Gandalf. Haha, das macht den Gandalf geil. Gandalf, geil. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich bin Feuer und Flamme, ja! Haha. Oh. und kommt nicht weiter hier lang geht müssen hier rüber spring also hier flitzen du musst darüber und das ding aktivieren dort kann ich da nicht rüber ich habe die vor die flitze kacke jetzt sind wir nie erträumt dass ich jemals ganz in den dragons oder so spiele ja du musst den charter betätigen ich kann drüber ja da ist nichts hier ist anchor jetzt kannst du musst dir jetzt von deiner seite dann erledigen irgendwie ein schalter betätigen ich kann nur das hier machen frieren griff stand doch unter star kannst du machen wir machen wir drei sprung reicht leider nicht das ding bleibt ja nicht wieder drüben das ist das problem du kommst du auch nicht zu mir rüber um das ding hier zu schieben ja stimmt jetzt kannst du auch wieder über stimmt kann noch flitzen darüber jetzt musst du wieder selber rüber flitzen im moment ich muss das weisen es war der magier ich bin ja Ich muss mich direkt konzentrieren, ey. Ich müsste nicht der Rennscherlequenzieren, glaube ich. Ja, das hat mich ja erstmal umgefallen. Weiter geht's. Ja. Ja. Nein. Au. Das Rücken schießen geht nicht. Du schmuck, du. Ja. Der Nice Man. Alter, ist das cool. Ja. Verdammt cool, ey. Aus allen Dingen könnte man so wirklich sagen, wir haben sich so, so Margin an andere Spiele-Serien genommen, so, wirst du? Ich gehe rein in die Ecke gleich, wenn nicht. Jetzt. Zu spät gesehen? Au, 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 au. Worauf schießen wir eigentlich noch? Ich weiß nicht. Du kennst auch nicht. Du kennst auch nicht. Ich hab's nicht. Aufgehauen. Aufgehauen. Oh, hier musst du wirklich Eis machen, jetzt kommen wir nicht rüber. Oh, zu spät. Oh, ich wollte Eis mehr in die aus. Hast du sicher das nicht mal bei Spiderman mitgespielt? Nicht, dass ich wüsste. Ich wusste nicht, dass da ein Magier mit bei war. Doch, ein Dr. Strange, das stellt's auf dich. Aber ich wusste nicht, dass Dr. Strange irgendwie Eismagie beherrscht. Zeitmagie, ja. Ja, das Multiverse macht's möglich. Oh nein. Ah, wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Der kommt nicht weiter. Au. 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 Ich hab irgendwie die Überseht jetzt gerade verloren. Ah, du musst rein in die Telefon-Tier-Motte. Soja, stimmt. Au, 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 au. Au, 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 au un. Oh, au, 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 au. Flammenwerfer, oder so? Ha, 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 ha. ja das ist nicht gemerkt der minato lässt grüßen wenn das keine anspiele auf der minato war fressigen besen ich finde das so geil hätte auch gefährdet wie es da gesagt hätte Bowser haben sie auch hier mit eingebaut und in der schwanz wo man reinpacken muss den hat man vergessen zu einhängen zu bauen ich glaube wir müssen den und die singen fallen lassen kann es sein ich rufe hier so jetzt müsste er hier noch rein plumpsen das ding ist offen aber wie dann müssen wir da so wir müssen hier beide so stehen dass er uns angreift hier in diese jetzt ich bin da oben ich bin die gab ich bin da oben guten Ritten strl nicht mehr sehen deine verrückte ja was sie gesagt oh oh mei komm her komm her komm her komm her das ist das ist die Helfenkate komm her warte das ist meine alte schweiz. Let's dance with the devil in the night, ne? Das könnte eine Anspielung auf dieses Schachspiel sein, das gab man nicht für Amiga oder so ein Schachspiel, wo die Piga lebendig war und so. Ich würde eher sagen, bei Harry Potter wurden die doch lebendige Zauber-Schach. Es gab doch hier so ein Schachspiel, das war auch relativ brutal damals. Sagen kann ich mich leider nicht erinnern, sonst. Naja, das ist... Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung dauert. Kann ich dir nicht sagen, wenn, dann habe ich es nie gesehen. Oder du hast es ebenfalls nicht gewusst. Ich habe mich noch nie für Schach wirklich interessiert und ich verstehe das gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt gehen auch die Böden aus. Jetzt wissen wir, wo wir schaffen können. Wenn der성? Sau, relevance. Ja, ich weiß nicht, aber kein Problem. Wannen wir einmal. Großelappิ dass wir so ein connecting problemen gehabt haben aua aua vorsicht 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 bin in die grube gefallen ja 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 jetzt bin ich schon wieder tot ich verliere hier habe ich die übersicht verloren es freut mich zu hören er wollte ich muss mich immer meine figur war wieder so ich verschaffe mir Ah, ha, ha, boom! There you go. See, I know what I'm doing. Oh, great! There go our magic outfits. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. Wait a minute. That's right, I forgot. I color-coded them the opposite way around to fool intruders. What? It worked, right? It's actually very smart, if you think about it. Yeah, really smart. We just got fried. See? Oh, I'm still gonna miss my outfit. Oh my God. Ach, ganz genau so spielt man Schach, Barry. Greetings, your majesty. Hello. You don't need to bow. I'm Cutie the elephant, Rose's best friend. Do you want some cookies? I actually love cookies. Cody, you're not here to stuff your face with cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. No, no, nothing's wrong. It's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. You need a hug. I kind of do. Cutie, what are you doing? Let's kill her. Kill me? Why do you want to kill me? Oh, no, 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 no. We don't want to kill you. We just kind of have to. It's a little bit. But I'm Cutie the loving elephant. I love Rose. And Rose loves me. I don't want to die. I know. But we have no choice. I'm sorry. No! This is going to be ugly. Oh, no. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Come on. Oh, no, May. Look, she's getting away. Quick, just do something. Hold on a second. Okay. Okay. Oh. Yes. I guess that's the way the cookie crumbles. Hey, yeah. Genau, das ist ein etwas neues Spiel. Das haben wir aber schon vor Weihnachten angefangen. Barry. Oh, we just need to break this spell. Nenntlich takes two. Das ist von den Machern von, die auch A Way Out gemacht haben. Auch so ein Koop-Spiel. Was man nur zu zweit spielen kann. Aber kann man extrem gut empfehlen. Ja, kann man wirklich extrem gut empfehlen. Einer braucht auf jeden Fall das Hauptspiel und der andere kann einfach kostenlos mitmachen. Aber es ist nur zu zweit zu spielen. Anders geht's nicht. Cookie Crane. Nee, greifbar. Kann das sein? Ja. Oh, ich kann jetzt nicht hingucken. Oh, das wird mir selbst mirLab. Nein, nein. Nein, nein. für ein kinder spiel ist das wirklich brutal finde ich die beiden gerade ein bisschen scheiße muss ich sagen ich weiß nicht, die gibt es für den pc auch wer weiß, was man mit mods alles machen kann wir müssen richtig ziehen wir reißen wir die ganzen wiesmassen ab das spiel müsste ab 18 sein ist ungefährdend ja 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 ja